Die Reinheit Jesus sagte, die Seele ist nur dann rein, wenn ich in ihr wohne. Die Liebe ist es, der ich nicht widerstehen kann. Ich fragte, mein Jesus, was liebst du in mir? Jesus antwortete, was könnte ich in dir lieben? Ich selbst, liebe nur mich, still und ruhig, und kümmere dich um nichts anderes. Wenn du dich mit etwas anderem außer mir beschäftigst, kann ich nicht zu dir sprechen. Jesus belehrte mich, sich nicht damit zu beschäftigen, sich aus eigener Kraft bekehren zu wollen. Die menschlichen Bemühungen setzen seinem Handeln eine Grenze und binden seine göttlichen Hände. Wenn Satan merkt, dass er mit einer Seele nicht fertig wird, lässt er in ihr die Sehnsucht nach größerer Heiligkeit wach werden. Aber unter diesem Vorwand beschäftigt sich die Seele mit sich selbst und nicht mit Gott. Wenn ich weiß, dass ich im Gnadenstand bin und mich dennoch das Wissen um meine Sündhaftigkeit quält, soll ich sagen, soll ich sagen, Satan, welcher von mir? Ich weiß, dass ich ein Nichts bin, aber Jesus liebt mich sehr. Zu Jesus flüchten, sich immer mit ihm beschäftigen, ein Nichts werden. Wir müssen vor dem Herrn Jesus zum völligen Nichts werden. Ihn, den Herrn des Universums, zieht nur jene Seele an, die sich ihrer Nichtigkeit tief bewusst ist. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.